Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist der ePi, der Innovationspark künstlicher Intelligenz Heilbronn. Hier entsteht Europas größtes Ökosystem für künstliche Intelligenz. Internationale Unternehmen, Start-ups und viele Menschen entwickeln hier bald gemeinsam KI-basierte Softwareprodukte und Lösungen. Wenn du mehr erfahren willst, dann besuche den ePi Living Room, das Besucherzentrum in den ePi Spaces. Auf über 1000 Quadratmetern kannst du bei Veranstaltungen und interaktiven Ausstellungen KI erleben und den spektakulären Campus kennenlernen.